Donnerstag, der 14. Dezember 2023. Hallo und herzlich Willkommen zum neuen Video. Wir öffnen heute das Adventskalender Türchen, 10 Tage vor Heiligabend. Da wäre beim Netto Adventskalender das Türchen. Man erkennt es schon, der Weihnachtsbaum beim Kaufland. Adventskalender ist da das Türchen. Ohne ganz gut zu erkennen, die Lokomotive kommt zum Vorschein. So, hier dürft es ja weiter gehen, beim Aldi Adventskalender glaube ich. Da ist das Türchen. Und was sagt ihr? Nun, es ist auch eine Lokomotive. Hier könnte es wieder der Lidl Adventskalender sein, wobei da das Türchen ist. Man kann es nicht gut erkennen. Das ist aber der Weihnachtsbaum. Ihr wisst, was jetzt kommt. Da wäre das Türchen. Es ist Schokolade drin heute. So, zum zweiten Adventskalender aus dem Aldi dann. Da wäre das Türchen. Der Mond. Manchmal wird der Mann im Mond für seinen treuen Dienst belohnt. Ihr kennt das Video. Dennoch sage ich mal, bitte like das Video, lasst ein Abo da. Wir sehen uns auch am morgigen Freitag. Freitag.